Wir sitzen hier in Unmengen von Zündschnüren, Feuerwerkskörpern und im Prinzip allem, was Bumm macht. Bei uns ist nämlich der Wolfgang Leitner und der hat uns ein paar seiner Spielsachen mitgebracht. Der Wolfgang ist nämlich professioneller Pyrotechniker. Das ist ja kein gewöhnlicher Beruf. Wie kommt man dazu, dass man Pyrotechniker wird? Ja, das Feuerwerk war eine Faszination. Aus dem Hobby habe ich mir gedacht, aus Sicherheitsgründen möchte ich einfach wissen, wie man damit richtig umgeht. Und so hat es begonnen, dass ich einmal einen Kurs besucht habe, das erste Modul gemacht habe. Und das hat sich dann gesteigert, einfach mit mehreren Modulen, mit Praxisfeuerwerken, die man dafür auch absolvieren muss. Und irgendwann war ich dann fertiger Pyrotechniker. Du warst aber, das ist ja nicht dein Hauptberuf, du bist ja eigentlich Hafner und Keramiker, glaube ich, gell? Genau. Und was fasziniert dich an einem Feuerwerk? Wieso macht er das? Die Faszination liegt irgendwie auf der Hand. Also man verwendet ja das Feuerwerk in allen möglichen Bereichen. Feuerwerk, jetzt einmal für das Feuerwerk, Feuerwerk an Emotionen, Feuerwerk der Blasmusik oder sonst was. Also das ist einfach das Gespür, eine Emotion, die dadurch entsteht. Und ja, das ist das Gefühl einfach in sich, was im Feuerwerk liegt. Okay, jetzt ist dein Beruf ja kein ganz ungefährlicher. Und jetzt gerade zu Silvester werden ja wahrscheinlich wieder jede Menge Feuerwerke abgebrannt. Was würdest du den Leuten draußen empfehlen, unseren Zuschauern? Was sind so die wichtigsten Sicherheitstipps für ein Feuerwerk? Und was macht überhaupt ein schönes Feuerwerk aus? Also wenn man Feuerwerk in Österreich kauft, ist man schon mal ziemlich gut beraten. Alle Feuerwerke in Österreich müssen einer CE-Kennzeichnung unterliegen. Und das heißt, es ist geprüft auf Sicherheit und Gefährlichkeit, sodass man bei einer Anwendung, wenn man da einige Punkte beachtet, für den Konsumenten wenig Gefahr überbleibt, um sich da irgendwie zu schädigen. Was muss man beachten? Es gibt ein paar Punkte, das sollte man immer beachten. Es ist auf jeden Fall mal die Gebrauchsanweisung lesen. Auf der Gebrauchsanweisung stehen so Punkte drauf von Sicherheitsabstand, wie man mit dem Feuerwerkskörper umgeht. Dann ganz wichtig ist, dass man keine Körperteile beim Zünden oder auch bei Versagern über die Feuerwerksartikel hält. Man sollte immer genügend Sicherheitsabstand auch beim Zünden einberechnen, zünden, dann schnell entfernen. Was macht für dich ein Feuerwerk aus? Du hast uns vorher schon einen kleinen Tipp gegeben, was Raketen und Batterien betrifft. Also mein Favorit sind Batterien. Man hat hier eine Batterie, sagt ja schon, es ist ein Zusammenschluss von mehreren einzelnen Effekten. Und man hat in einer Batterie eine vordefinierte Choreografie. Man zündet das einmal, man geht zurück und kann das Feuerwerk genießen. Und die sind aber auch für Laien erhältlich? Genau, die sind auch für Laien erhältlich. Seit 2015 gibt es auch eine neue Verordnung, dass man mehrere Batterien zusammengeschlossen bereits so kaufen kann. Und dadurch hat man eine größere Menge an Netto-Explosivmasse und auch durch ein schöneres, größeres Feuerwerk am Himmel. Also das Wort Netto-Explosivmasse finde ich immer wieder großartig. Danke für diesen Tipp. Also eine Batterie wäre zum Beispiel sowas da. Genau. Okay, also das ist einfach diese berühmten Kartonröhrchen, die man das jetzt leidenhaft ausdrücken darf, die dann vom Hersteller schon so designt sind, dass da eine richtige, ordentliche Choreografie rauskommt. Die sind mit unterschiedlichen Effekten gefüllt. Die sind vorverleitet. Das heißt, die Zündschnür ist schon von einem Kartonröhrchen zum nächsten gezogen. Auch von der Geschwindigkeit unterscheiden sie sich. Es gibt Fächerbatterien. Das heißt, da werden die Effekte in einem Fächer in den Himmel geschossen oder einzeln gerade oder auch gleichzeitig mehrere. Wenn ich jetzt als Laie sage, okay, ich will das ja eigentlich auf eine professionelle Basis stellen, dann engagiere ich ja die. Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Was kannst du da machen? Was kannst du da liefern? Ja, durch meine Ausbildung bin ich berechtigt, jede Größe von Feuerwerken zu schießen. Mich persönlich interessiert immer der Rahmen, in was dieses Feuerwerk geschossen werden soll. Also ich treffe mich gern mit den Kunden, spreche natürlich einmal durch, was sind die Ideen, was ist der Hintergrund? Geht es um eine Sportveranstaltung oder geht es um ein Hochzeitsfeuerwerk? Und natürlich versucht man auch gewisse Wünsche zu integrieren. Und was mich immer ganz fasziniert beim Feuerwerk ist, dass ich die Umgebung irgendwie mit einfließen lassen möchte. Sprich, wie lässt man bei einem Feuerwerk die Umgebung mit einfließen? Wie funktioniert das? Naja, wenn zum Beispiel irgendwelche Gebäude sind oder andere Gegenstände, die man beleuchten kann, dann wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit. Das heißt, beim professionellen Feuerwerk den Wolfgang Leitner anrufen, für alle anderen bitte die Sicherheitstipps beachten. So abschließend noch ein Tipp vom Profi, was wäre so das Wichtigste? Ja, es gibt qualitativ große Unterschiede, die sind natürlich von außen nicht zu erkennen. Mein Tipp wäre, dass man sich bei einem Fachmann oder Fachhändler informiert, was man sich auch so ungefähr vorstellt. Und der kann einem genau sagen, welches Produkt sozusagen für einen passt. Und man findet bestimmt ein schönes Schmankerl, was am Himmel dann noch ordentlich was hergibt. Danke. 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 Danke.